Okay, Drache, du hast länger durchgehalten, als ich erwartet habe. Aber du hast nicht die leiseste Ahnung, was noch auf dich zukommen wird. Ich schlage vor, du nimmst deinen Katzenfreund und sämtliche Eier mit, die du gefunden hast, und verkriechst dich nach Hause, solange du noch kannst. Das rate ich dir zu deinem Besten. Hey, Spyro! Zoe sagt, das Portal öffnet sich, wenn wir das Dingsbums da drüben treffen. Spuck doch mal diesen Stein darauf. Wenn du einen Stein aufgehoben hast, versuch mit Aktion zu zielen. Wir sehen uns später. Geh weg von mir, Drache, du hast kein Geld. Komm zurück, wenn du ein paar Edelsteine hast. Ah, mein guter Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen Vogel dabei erwischt, wie er Raketen in ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat. Aber ich gebe ihn frei. Vorausgesetzt, du bezahlst seine ausstehenden Geldstrafen. Spyro, du solltest wirklich zahlen. Ich glaube, er sehnt sich nach den Fjorden. Haha, was für ein Trottel. Das heißt, es ist etwas weit, weit Besseres, was du tust, als was du je getan hast. Und so weiter und so fort. Du verstehst schon. Wenn du erklimmbare Leitern oder Wände siehst, spring einfach darauf und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Hi Spyro. Das hier ist ein super Flammen-Power-Up. Du wirst mehr davon in allen Welten verstreut finden. Probier es aus und zerbrich die Pflanztöpfe hier. Ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Rhinox in einem davon ein Ei versteckt hat. Hi Spyro. Hi Sparks. Ich habe noch ein verlorenes Ei aufgespürt. Vielleicht mag Sparks es aus Spinnenstadt retten. Ich würde nicht zurück zu diesen gruseligen Spinnen wollen. Aber wenn Sparks nochmal zurück nach Spinnenstadt will, meinetwegen. Laut meiner Einschätzung brauchen wir fünf mutige Seelen, um den Kreisel zu bedienen. Wenn du aus allen fünf Welten eine Person zurückbringst, helfen wir dir mit dem Kreisel. Mit Helfern aus allen fünf Welten können wir den Kreisel zum Laufen bringen. Du brauchst fünf Elfer, um den Kreisel zu nutzen. Such einen pro Welt. Wir haben den Kreisel repariert, aber wir brauchen Hilfe, um ihn zu bedienen. Marsch, marsch, Spyro, es geht zum Kreisel. Lass uns zum Kreisel gehen. Hey, lass uns jetzt zum Kreisel gehen. Lass uns zum Kreisel gehen. Benutze den Kreisel, wann immer du willst. Hüpf an Bord. Alles ist überfunktionsfähig. Spring an Bord. Der Kreisel ist bereit, dich mitzunehmen. Spring an Bord. Komm an Bord, Spyro. Der Himmel soll dein Reich sein. Neues wartet schon.